...Sportverein Ronshaus e.V. Er nach dem neunten Platz in der Tresur. Heute auch ganz gut im Marathon unterwegs, leider mit einem Ball in den NM3. Ansonsten Platz 7, 8, 5, 5, 4. Und seine zwei Frauen sehen auch noch ganz gut aus. Ich hoffe, sie sind traurig und es ist nicht meine Brille, die schon so künftig ist. Ich glaube, sie sind wirklich traurig. Ja, Friedrich hat immer wunderschöne Pferde durch dich selber. Hat auch einige im Sportlaufen, Georg von Stein, hat einige Pferde verliehen.